So liebe Freunde, heute ist wieder Sparringzeit und Sparring ist ja bekanntlich Training und ich trainiere jetzt mit einem meiner Jungs und für mich gilt heute die Devise als Leitsatz in der ersten Sparringseinheit, dass ich versuche komplett defensiv zu agieren, also möglichst wenig Konter zu setzen, aber möglichst wenig getroffen zu werden. Ja, ihr versucht euch immer, wenn ihr miteinander spart, einen solchen Leitsatz zu sagen. Also für mich ist heute der Leitsatz, möchte wenig getroffen werden. Vielleicht pickt ihr euch sonst aus dem Wing Chun System irgendeine Übung raus und nutzt als Leitsatz, ich trainiere Übung oder Verformung XY, zum Beispiel Bong Sao Primär und Tan Sao und dann versucht ihr in Sparring immer diese einzelne Verformung einzubauen. Für mich geht es also heute darum, dass ich versuche ein bisschen defensiver zu bleiben und wenn du Equipment brauchst, Sicherheitsausrüstung bei U-Sports, der Code DOM15 in der Videobeschreibung, gibt also 15% und das steht alles in der Videobeschreibung drin und wir sehen uns jetzt beim Training. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum 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 nächsten Mal. Komme ich durch die Deckung durch, finde ich Lücken. Die nächste Variante, die nächste Variante, die ich jetzt ganz gerne üben möchte, mit meinem geschätzten Partner ist, dass ich versuche, Konter zu setzen ohne Beine. Ich klammere heute meine Beine, das ist jetzt also die nächste Episode ohne Beine, das ist jetzt also die nächste Episode ohne Beine, das ist jetzt also die nächste Episode ohne Beine, zwischendurch mal zu kontern. So, aber jetzt muss ich dann. So, jetzt muss ich dann. So, jetzt muss ich was trinken. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.